Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das hier ist ein kleines Testvideo für Vlogs, die jetzt in Zukunft kommen werden. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Winkel der Kamera momentan findet und Verbesserungsvorschläge. Die Qualität wird jetzt in den nächsten paar Wochen noch deutlich erhöht und geändert. Ja, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich weiß gar nicht, ob die Kameraposition so richtig ist. Ich werde jetzt hier mal anhalten und gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob die wieder auf dem Fall, die bricht manchmal ab mit dem Aufnehmen, da muss ich mir auf jeden Fall nochmal eine neue Uhr holen. Ist auch keine GoPro, also das ist so eine 5 Megapixel-Fillig-Kamera, aber es wird noch ein bisschen größer kommen. Damit die Vlogs hier auch dementsprechend hochqualitativ wertvoll sind, sage ich. Das ist so ein bisschen größer, aber es wird noch ein bisschen größer. Alter, krass auf jeden Fall, die Schattensocken. Ihr habt so kurze Socken an. Fun Fact, ich hab so kurze Socken an. Oh Junge. Hier kann man guten Winnie ziehen. Das machen wir es aber. Das geht nur aus dem Standteil meiner hier. Das war so für heute. Nachher springen wir doch die Kette raus. Kenn mich doch. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 7. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 10. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020